Medienwerkstatt Bonn Podcast Hallo und ganz herzlich willkommen. Ich bin Kira und bei uns bekommt ihr Einblicke in die Karriere von echten Medienprofis und das ganz kompakt zusammengefasst in 15 Minuten. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann zeigt es mir mit einem Daumen nach oben und abonniert gerne unseren Podcast. Fragen und Anmerkungen könnt ihr gerne als Kommentare posten oder schreiben wir gerne auf Instagram at deinemwegindimedien. Medienwerkstatt Bonn Podcast